Am 19.08.2023 gegen 2.40 Uhr erhielt die Polizei Wittlich Meldung über eine Auseinandersetzung in der Trierer Straße im Festbereich der Säubrenner Kirmes. Ein 28-Jähriger aus Wittlich erlitt hierbei eine Stichverletzung und verstarb. Während der Arbeiten am Tatort war der Bereich der Kirmes gesperrt. Im Rahmen der sofort und intensiv geführten Ermittlungen der Kriminalkulizei unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Trier wurden zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 26 Jahren im Verlauf des Nachmittags und Abends vorläufig festgenommen.